Leute und willkommen zurück zu Minirush Folge 15. Ja, schon 15 Folgen Minirush haben wir gemacht. Ich habe gestern vergessen, noch eine Folge aufzunehmen. Deswegen mache ich heute eine Folge. Ja, tut mir leid, aber ich habe es vergessen. Ja, ne, prämieren will ich nicht. Kann man irgendwas abholen? Nö. Das heißt, wir machen weiter. Wir müssen wirklich weiterkommen. Nein, ich will das nicht kaufen. Lass mich in Ruhe. So, böser Minion. 540 Meter mit bösen Minion. Das ist echt viel. Aber naja, wir werden mal sehen, wie lange das dauern wird. 10 Sekunden haben wir den. Böse Minion immer. Ja, und in diesem Part sind wir vielleicht schon weg vom Gefängnis. Aber nur vielleicht. Also, ja, kann sein. Und ich werde auch in diesem Part überlegen, ob das Let's Play schon beendet wird. Keine Ahnung, wie viele Parts. Mal schauen. Ob das die letzte Welt wird im nächsten Part. Mal schauen. Und dann kann ich auch schon sagen, wie viele Parts es geben wird. Genau, also schaut euch das Video bis zum Ende an, um zu sehen, wie viele Parts das Let's Play noch haben wird. Ich denke, es wird bald zu Ende sein. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Am Ende dann nicht mal ganz so viel. Also, jetzt gerade geht es. Im letzten Part hatte ich jetzt nicht so Lust. Aber jetzt geht es eigentlich wieder. Weil gestern, es war halt zu spät. Und ich hatte eigentlich so viele Sachen noch, die ich hier machen musste. Aber, okay, doch, ist schon schnell. Also, man schafft das schon schnell. Also, ich habe ja das First Try. Oh. First Try, First Try. Ja, Leute, First Try einfach. Okay, Leute. Das ging doch schneller als erwartet. Finde ich aber gut. Weil ich mag lange Quests nicht. Lange Quests nicht. Genau, Quests. So, okay, es gibt noch ein paar Level. Laufe 1,5 Sekunden lang. Leute, ich würde sagen, heute holen wir uns den Jogger. Let's go, weil der passt doch zum irgendwie Laufen. 1,56 Meter. Ey, was für 1,56 Meter. 1 Minute und 56 Sekunden. Das passt doch zu dem. Der Anfang nervt mich. Kann man irgendwie auch springen? Nee. Aber naja. Ja, der Jogger, ne? Der müsste eigentlich richtig schnell sein. Eigentlich. Naja, wir werden sehen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich Brails das jetzt spielen soll. Aber nee, dann doch nicht. Also, nee. Ja, habe ich mir dann doch anders überlegt. Weil ich andere Let's Plays erstmal machen möchte. Und weil ich so viel Browser spielen möchte, weil es einfach relativ Spaß macht. Es macht schon Spaß, aber Let's Playen werde ich das leider nicht. Habe ich ja schon mal. Ich habe ein paar Videos darüber gemacht. Kein Let's Play, aber ein paar Videos. Fand ich cool. Das war irgendwie Season 8. Aber ich habe schon vor den Seasons angefangen. Also, da gab es noch nicht die Seasons. Da gab es noch Kisten. Und dann konnte man Kisten öffnen. 1000 Punkte für, ich glaube, eine Megabox. Und ich glaube, waren das 500 für eine kleine? Irgendwie so 200. Also, ich habe keine Ahnung. Das war richtig cool. Vorher fand ich das ein bisschen cooler. 2019 habe ich damit angefangen. Mit Brawl Stars. Wann habt ihr mit Brawl Stars angefangen? Also, ja, wie gesagt, ich 2019. Ja. 2019 war es halt schon noch anders. Es gab irgendwie, keine Ahnung, 25 Brawler. Ich dachte schon, ja, okay. Können doch mal endlich mal mehr hinzufügen. Und jetzt sind es zu viele. Jetzt sind es irgendwie 75, vielleicht fast 80 sogar. Ist echt schon viel, muss man sagen. Aber, naja. Was auch immer. Ja, komm, nehmen wir die mal mit. Minions kann man nicht einfrieren, leider. Vielleicht auch besser so. Aber weg, ah, doch kann man. Aber da irgendwie nicht. Noch 10 Sekunden. Also, 11, 10, 8, 7, 4, 3, fertig. Jahu. Okay, Leute. Nächstes Level haben wir schon geschafft. Und, ja, wir werden, glaube ich, heute auf jeden Fall noch die nächste Welt erreichen. Ich denke nicht, dass es, nee, Labor kann es nicht sein. Vielleicht eine Nachbarschaft oder sowas. Achso. Begehe. Was? Ich habe keine Ahnung, was jemand meint. Unverbesserliche Taten. Was ist das? Ah, ich weiß, glaube ich, was. Ja, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen. Werden wir uns das... Minions, Minions, Minions. Ja, man muss 39 Minions mitnehmen. Das ist doch eine coole Aufgabe. Aber es wird wirklich ein bisschen dauern. Ein bisschen. Nicht unfassbar lang, aber schon ein bisschen. Ne? Ja, egal. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich würde, glaube ich, mal stoppen, weil das ein bisschen dauern wird. Also, ich glaube, ich bin 30 schon viel. Das haben wir geschafft. So, wir haben es geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, aber ja. Wir haben es dann am Ende dann doch geschafft. Ne? Genau. Äh. Ja. Zwei Level, denke ich. Sammelt 600... Ne, 300. Das war dann mit Grußrakete. Da geht es nur das Mädchen anscheinend. Dann machen wir das. Ja. Los geht's. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Wir werden sehen. Aber ich bin mal bei der letzten Aufgabe gespannt. Hoffentlich nichts Schweres. Aber ich denke, das wird... Ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Werden wir sehen. 360 Bananen halt mit der Rakete. Ja, gleich drücken wir die da unten. Ja, das ist mal noch sehr langsam. Genau. Ja. Schreibt auch, wie immer, einfach irgendwelche Spiele in die Kommentare, die ich mal spielen soll. Let's playen soll vielleicht mal. Generell für Roblox. Was ich in Roblox mal erzählen soll. Ne, also... Ne, was ich auch vorweg spielen soll. Nicht was... Ja, deswegen. Ja, komm. Ja, kann man auch zählen. Ich sammle jetzt mal keine Sachen ein. Sondern nur die Raketen. Ist schon ein bisschen schwer, mit der Rakete zu fliegen. Also es wird schon dauern. Egal, wir werden gucken. Da wandern. Boah, das ist so schwer zu dingsen. Boah, das ist echt schon lang. Das dauert echt lange. Ja, gut. Okay, könnte die letzte Rakete sein? Ich weiß auch nicht, in der Mitte. Da komm ich nicht so gut hin. Dann... Da, da, da. Ja, wir haben's geschafft, Leute. Sehr gut. Laufe 1350 Meter. Was soll das? Nehmen wir mal verkleidet. Warum nicht? Eigentlich hätten wir auch Jogger nehmen können. Egal. Aber so sollte es doch schneller gehen. Weil dieses PX41-Serum... Da ist man doch schneller. Keine Ahnung. Deswegen sind die auch so... Also werden die so lila. Wahrscheinlich so, ne? Ich glaub, das war's, ne? Es gibt kein schweres Endlevel, außer, dass man halt laufen soll. Sehr viel. Aber es gibt halt keinen Endboss hier. Also keinen Bosskampf. Keinen Endboss, sondern einen Bosskampf. Das gibt's nicht. Boah, ich würd's so gern mal, ähm... Super Mario 3D lernen, let's playen. Hab ich sogar schon drei Parts oder so. Aber ist es halt blöd, weil ich keine Capture-Kampf in meinen... Dings hab. Dann würd ich auch New Leaf... Also, Animal Crossing New Leaf, let's playen. Auch richtig lange. Wahrscheinlich über 100 Parts. Das Ding ist... Oh mein Gott. Für Leute, die... Also... Ihr könnt doch bestimmt Animal Crossing New Horizons von mir. Also, ja. Das hab ich ja mal let's played. Also, ja. Kamen da nicht so viele Parts am Ende. Aber... Ich hab über 60 Parts gemacht, Leute. Das heißt, das Let's Play wird irgendwann nachgeholt. Wann? Kann ich noch nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall nachgeholt. Also, freut euch drauf. Es wird zwar ein bisschen... Ja, man sieht mich halt manchmal. Deswegen hab ich dieses nicht hochgeladen. Ja, diesmal kam keine Werbung. Und wir sind schon durch. Dank diesem PSX-Irgendwas-Serum-41. Nicht jetzt. So, was geht dann ab? Funland! Super Silly Funland. Das hört sich gut an. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Okay. Runtergeladen. Und ich würd sagen... Wenn der Jogger empfohlen ist... Wir haben den jetzt ja eh heute gekauft. Funland! Super Funland! Oder wie auch immer. Ey, das sieht schon so cool aus, ne? Es gibt also doch noch viele neue Welten. Das ist cool. Ich mag die Welt jetzt schon, ne? Das heißt, es gibt mehr Parts, Leute. Ja. Erst wollte ich eigentlich nur 12 machen. Dann so doch 20. Dann wollte ich nur noch 14 machen. Dann doch 16 oder so. Und jetzt kommen doch wahrscheinlich 20 Parts etwa. Ich glaub, ich würd die Welt noch komplett mitmachen und dann nicht mehr. Mal schauen. Einmal kann er runter. Ja. Man muss einfach nur ein paar Minuten laufen. Und dann war's das. Ja. Ganz einfache Quest. Ja. Aber dass man da rüberspringen kann, das irritiert mich irgendwie. Mhm. Ja. Genau. Ich glaub, ich werd ein bisschen vorschulen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber Leute, ich will euch erstmal noch ein bisschen was zeigen, was es hier gibt. Nämlich gibt es hier solche Ballons. Richtig coole Sachen gibt's hier. Ich mag die Welt. Also, wie findet ihr die Welt? Schreibt's mal in die Kommentare. Hier ist ein Riesenrad, Leute. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Hier ist das hier. Ja. Genau. Hier kann man runter. Ganz cool. Machen wir erstmal nicht. Keine Ahnung. Mal machen wir mal. Ja. Ich stopp mal kurz. Und Leute, hier gibt's Burgen auch. Ja. Wollte ich nochmal kurz zeigen. Ja. Coole Burgen. Ja, hier. Und, oh mein Gott, Scooter. Autoscooter. Wie cool. Wenn ihr ein Schild. Das ist echt cool gemacht, finde ich. Ihr findet's bestimmt auch cool, ne? Müsst ihr mal in die Kommentare wieder schreiben. Ja, komm. Jetzt lohnt es sich nicht mehr zu stoppen. Und ich hab überlegt, ob ich... Oh mein Gott. Wow. Mann, das konnten wir nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part gesagt hab. Aber ich hab überlegt. Hey, date's to let's play. Aber weil ich jetzt schon so weit bin und nicht warten kann. Ich bin jetzt schon weit zu weit. Also, ja. Okay, ich bekomme ein paar interessante Herrscher und Skater. Wir haben noch eine. Oh, wir können uns bald die Schnorcheler holen. Und wir holen uns das noch. Ja. Leute, das war's mir. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.